hallo liebe youtuber heute eine neue deko idee zur kühlen regnerischen zeit wo wir was schönes warmes wollen eine ganz tolle laternen deko bei der die kerze nicht brennt aber die lichterkette bei der mit ganz einfachen mitteln und nur natürlichen materialien dekoriert wird geht es dir auch manchmal so dass du eine schöne laterne hast aber die laterne könnte ruhig noch ein bisschen tolle deko gebrauchen dann habe ich super ideen für dich wie du diese laterne ganz toll für die kuschelige kühle usselige zeit dekorierst wenn es draußen regnet und hier brennt ein schönes licht und ich habe jetzt einfach mal zwei laternen mitgebracht eine kleinere und hier diese größere und ich zeige dir jetzt erstmal was du alles brauchst dazu eine schöne kerze ich finde ist schöner wenn die kerze hell ist für die kleinere laterne habe ich natürlich auch eine kleinere mitgebracht also eine stumpe kerze dann braucht man ein paar schöne zweige ich habe jetzt hier magnolien zweige die haben dieses tolle moos an den zweigen dran gehen aber auch korkenzieher haselnuss gehen also verschiedene aber so ein bisschen verzweigt ist toll moos kann man auch dran drahten geht auch dann braucht man auf jeden fall einen passenden zu den kerzen und zur deko passenden basteldraht des weiteren was wunderschönes mit einem ganz tollen effekt also die ist jetzt hier so eine schnur dass eine lichterkette und die sieht dann mega aus ja die kommt aber gleich noch des weiteren brauchen wir natürlich eine schöne kiste moos ich habe auch hier ganz tolles mitgebracht das so richtig schön grün ist und knuffig und dann ist es auch zur weißen kerze passend die deko cotton pots also das sind die baumwoll früchte die sind weiß gekalkt gibt es auch in rot ja für die weihnachtszeit aber ich habe die jetzt mal in weiß genommen und ja dann fangen wir doch einfach mal an mit dem ganzen ich nehme erst erstmal die große laterne du kannst überlegen ob du die kerze fixierst ob du ein tellerchen rein stellst wo du die kerze mit ein bisschen wachs tropft ob du die fixierst ich mache es meistens nicht aber ist die frage wenn man dir irgendwie wenn die ein bisschen ruckelt oder so dann nehme ich als erstes mal den zweig und der sollte in etwa so hoch sein wie die laterne dann ist natürlich ganz schön ich habe das jetzt auch schon mal ein bisschen vorbereitet ich gestehe weil es muss ja auch richtig perfekt passen wenn ich euch dieses video zeigt und hier ist jetzt der zweig der steht schon sehr schön so drin dann schiebe ich ein bisschen muss schon mal hinten rein dann muss ich mich nicht um die kerze herum schaffen so ein bisschen moos reingelegt das muss kann man ein bisschen ansprühen dann bleibt es auch schön grün ansonsten muss man einfach mal ein bisschen frisches moos wieder nehmen diese laterne deko die ist jetzt nicht dafür gedacht dass die kerze angezündet wird sondern die ist das ist das schöne an dieser deko ist dass die leuchtet durch die lichterkette und die kerze die bleibt so also wenn man die kerze anzünden will dann würde ich den zweig natürlich rausnehmen sonst gibt es ein unglück ich fädele jetzt hier diese lichterkette einmal durch die streben von dem dach dann kann ich das nämlich leichter dekorieren kleine kleine tricks und kniffe sind immer gut so und dann gehe ich mal um den zweig drumherum es ist so ein kleines kästchen aus die lichterkette hat das ist mit einer batterie du kannst das natürlich auch mit der lichterkette am stecker machen aber dann hast du immer das kabel und das ist ein bisschen doof so also jetzt habe ich meine lichterkette wunderschön positioniert und damit ich sehe wie das alles aussieht die live version den bestellen link für die lichterkette ich suche noch eine sehr schöne denn den mache ich in die beschreibung rein und dieses batterienkästchen das kann man jetzt einfach hier unter das moos stecken also ganz lässig verstecken und so im vergleich zu vorhin sieht doch diese laterne schon ganz anders aus ein bisschen die kerze abpusten damit alles schön ist ja finde ich schon sehr sehr cool und sehr gelungen und in den abendstunden ist das ein richtiger traum und wenn ich jetzt noch ein bisschen deko möchte das mache ich dann zu der weißen laterne jetzt dekorieren wir noch mal die weiße laterne das gleiche prinzip du siehst an dieser an dieser deko dass man gar nicht viel braucht man braucht nur ein bisschen natur also wir brauchen jetzt gar keine künstlichen sachen man braucht nur zweige moos und durch diese lichterkette ist das eine ganz irre irre effekt und damit ich diese lichterkette auch ihnen so ein bisschen hoch hoch platzieren kann mache ich jetzt einfach noch einen kleinen zweig rein und ansonsten so wenn er bleibt genau und ansonsten würde ich da auch gar nicht mehr dekorieren und das türchen zu machen zumindest innen nicht mehr diese kleine schöne laterne kann man aber noch ein bisschen vom dach her dekorieren indem ich weiße cotton pots nehme ich nehme die weißen cotton pots und nehme einen silbernen basteldraht mit dem basteldraht um das cotton pot herum verdrehe 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 das und mache eine kleine kette mit cotton pots ich liebe ich liebe ketten mit deko finde ich immer ganz toll in meinem letzten video zur herbstdeko habe ich so eine kette mit physalis gemacht da mache ich den link zu dem video auch noch mal rein also es ist immer wieder sehr effektiv so eine kleine so eine kleine hübsche kette zu machen und ich würde sagen das reicht jetzt auch schon an elementen dazu mehr brauche ich nicht aber es ist trotzdem sehr hübsch wenn ich diese kleine kette und den draht einfach noch mal verdreht wenn ich diese kleine kette so eine draht schere hier seitlich an meiner laterne runter laufen lasse so den draht wieder festklemmen ja das ist meine deko idee für deine laterne zur herbstzeit zur weihnachtszeit ich wünsche dir ganz viel freude beim dekorieren also sehr schlicht und einfach und super wirkungsvoll und kuschelig viel freude damit abonniert meinen kanal und aktiviert vor allem die glocke um nichts zu verpassen bis zum nächsten video tschüss font hoch 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020